Ich danke euch allen. Endlich sind alle Albträume verschwunden. Oh, das tut mir sehr leid. Klonoa, Jupo, danke, dass ihr euch um mich gesorgt habt. Es tut mir so leid, dass ihr beide den ganzen Weg hierher kommen musstet. Nein, ich habe euch Arbeit gemacht. Dafür entschuldige ich mich. Oh, aber Herr Balou ist wirklich sehr nett. Schaut, er hat mir sogar das hier gegeben. Herr Balou war so nett und hat es für mich gebaut. Es ist eine wunderschöne Spieldose. Natürlich, alles was ich machen muss ist...